Punktest du ja, oder nicht? Okay. Achso, ja. Find ich gut so. Das find ich gut so. Ja, da hinten. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass geht durch dieses Ding durch. Hm. Der Buster kam gleich hier reingelaufen. Kannst du mal gucken? Lass, lass mal. Geht der noch? Eigentlich ja, ne? Nee, glaub ich nicht. Mach, schmeiß den Gang runter, schmeiß den Gang runter. Ja, der wird schon ausstehen. Gib dir Deckung. Schmeiß durch, schmeiß durch. Da ist einer reingelaufen, ja. Ja. Sollte. Es ist auf jeden Fall down. Jetzt lade ich kurz nach, ne? Also doh. Okay. Du morgst mal vor. Jefakt��. Das kommt nach Berlin mit. Gehakt измен? Okay, ich geh rückvor und dann geht's mit Echo von hinten. Der ist ja nicht mehr. Der ist ja nicht mehr. Ah. Ne. Hat auch ne Schwurflinte, ne. Ne gemodete. Ne gut gemodete, würd ich sagen. Oh, oben, oben. Bein Topfler hol. Der hat fast meinen Arm gefickt, alter. Der hat fast meinen Arm gefickt. Nein, du musst durch die andere Seite schießen. Ich glaube, er ist da. Ich glaube, er ist da. Würd man schwer sagen, er ist down. Ja, ich hab's gehört. Boah, der hat ja einen geschluckt, alter, aber richtig. Das bin ich. Ich komm zu dir. Was? 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 Ich bin doch dein Ex-Roll-Kinder. Was? Ich bin doch ein Ex-Roll-Kinder der Ayethofer. Er hat voll viel auf mich geschossen. Zwei Leute, ich weiß es nicht. Ja, ein Spieler. Der hat durch meinen Kopf geschossen? Ich weiß nicht, auf jeden Fall er hätte... Oben, auf der Pumping Station. Ich muss da hinter die Versilieung legen. Da hin tun. Mal gucken. Auf der... ja. Daneben oder so. Also, wo mich oder wo er ist? Da oben sollte ich irgendwo drauf fliegen. Ich weiß nicht, dass ich da durchgebackt bin. Also, ganz oben. Da war der Gegner irgendwo. Ich bin nur die Eisentreppe hochgegangen. Zu dieser Pumping Station. Bei den Silo. Bei den Silo, genau. Der war ganz hinten. Ich denke mal... Exe Treppenhaus. Da oben bei dieser Blechding. Denk ich mal. Brücke da, irgendwo. Oder so. Der kann ja entweder da runter springen. Oder... Eisentreppe hoch. Oder so. Hm. Wie ist das? Mhm. Wie ist das? Das war's für heute. Oder die wissen, dass du noch da bist. Gehen Sie, dass du noch da bist. Waffe, halt nur schade um die Waffe, aber egal. Ja, dann bin ich, geh doch mit. Wenn ich das jetzt die auch noch holen. Ja, dann bin ich, geh doch mit. Ja, dann bin ich, geh doch mit. Kein Silo oben drauf. Das ist schade. Haben die wieder alle 60er-Magazine aufgekaufen, wieder am Threading-Mart reingestellt. Ja, die facken nicht so ab. Eigentlich kann ich die ja auch kaufen. Eigentlich. Okay. Ja. Ja. Das ist auch ziemlich geil, glaube ich. Ne, naja, ich hatte das, Docti. Das war mal, da stand mein Name. Ne, da stand mein Name. Denk mal einen anderen Spieler, ja. Natürlich. Wo du durchs, äh, Glas geschossen hast. Ja. Ja. Ja, weil der mit der Schrupflitte, den hatte ich. Ja. Ja. Ich lau dich an. Ja. Ganz okay eigentlich. Ja, eigentlich warte ich eigentlich bis ich Level 40 bin. Ja, deshalb ja. Ich kann mir schon die HMK. Oh, da rennt sich einer. Hier ist einer gesprung. Ja. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.